Hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder euer TobiTV und willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar als allererstes mal morgen um 17 Uhr im Hofgarten oben bei dem Fressboden Fantreffen morgen also am Samstag Fantreffen hat ein paar leute bock drauf kommt einfach mal vorbei und gleich gegen 22 Uhr 22.30 Uhr kommt auch noch ein Livestream ich gucke was man im Hintergrund hört ich gucke gerade noch Fußball und danach bin ich live drunken stream incoming würde ich mal sagen und dann sage ich einfach mal bis gleich Leute beziehungsweise bis morgen würde mich freuen wenn er vorbeikommt Fantreffen wie gesagt 17 Uhr Hofgarten morgen bei dem Fressboden und dann sage ich einfach mal auch drei Leute bis zum nächsten Mal wieder TobiTV und bis gleich oder bis morgen b